herzlich willkommen zum dritten dezember laser boy heute der dritte tür 1 und 2 waren ultra aufregend ich bin gespannt was uns hinter tür 3 erwartet tür 3 haben wir hier und was spannendes kriegen wir hier ich muss immer gucken dass wir diese pappe hier weil die ist doch sehr dick muss ich sagen die ist wirklich sehr dick und hinter tür 3 kriegen wir ich brauche noch mal in der pinzette hinter tür 3 kriegen wir da komme ich gar nicht an einen philips schraubendreher ok was sagt denn unsere tür unsere info tür unsere anbauanleitung ich bin gespannt die sagt wir haben jetzt die antriebseinheit die schrauben und schrauben sie ja geil ok ich freue mich auf den vierten dezember vielleicht geht es ja dann auch endlich mal los mit dem schrauben oder zusammenbauen der schraubenzieher sehr geil ok bis zum vierten tschüss